Meine Damen und Herren, morgen feiern wir das Osterfest. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Zeit und Gelegenheit haben, ein bisschen auszuspannen, dass Sie Zeit und Gelegenheit haben, auch über die letzten Wochen und Monate nachzudenken und dass Sie vor allem Kraft finden, auch Kraft finden für die nächsten Wochen und Monate, die vor uns liegen. Ich will mich bedanken bei den vielen, die unsere Arbeit in der CDU und in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion unterstützt haben, bei allen Mitgliedern, aber auch bei allen Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte uns allen ein paar Tage der Besinnung, der Ruhe und der Erholung wünschen. Ich wünsche uns ein frohes und gesegnetes Osterfest und ich freue mich, wenn wir uns nach Ostern wiedersehen. Alles Gute für Sie!